Silizium ist ein chemisches Element mit dem Symbol Si und der Ordnungszahl 14. Es steht in der 4. Hauptgruppe bzw. der 14. Ayupec-Gruppe und der 3. Periode des Periodensystems der Elemente. In der Erdhülle ist es auf den Massenanteil bezogen, nach Sauerstoffe das zweitäufigste Element. Silizium ist ein klassisches Halbmetall, weist daher sowohl Eigenschaften von Metallen als auch von Nichtmetallen auf und ist ein Elementalpleiter. Reines elementares Silizium besitzt eine grau-schwarze Farbe und weist einen typisch metallischen oftmals bronzenen bis bläulichen Glanz auf. Elementares Silizium ist für den menschlichen Körper ungiftig in gebundener silikatischer Form ist Silizium für den Menschen wichtig. Der menschliche Körper enthält etwa Körpermasse Silizium, die Menge nimmt mit zunehmendem Alter ab. Begriff Standardsprachlich wird das Element Silizium geschrieben. Die Schreibweise mit C ist vor allem in der chemischen Fachsprache gebräuchlich. Beide Schreibweisen entstammen dem lateinischen Ausdruck Silizia kieselerde verknüpft mit Lat, Silex kieselstein, Fels. Die englische Übersetzung für Silizium lautet Silikon. b. Im Begriff Silicon Valley zu finden. Die gelegentlich anzutreffende Übersetzung Silikon. Silikon ist ein falscher Freund. Der Unterschied zum Englischen liegt wohl daran, dass die im Jahre 1817 geänderte Endung on korrekt erweise auf die dem Kohlenstoff- und Bohrähnlichen chemischen Eigenschaften verweist. Wogegen in vielen nicht englischen Sprachen die Endung I.U., die auf ein vermeintliches Metall hindeutet, bis heute erhalten blieb. Geschichte Ein anderes wichtiges silikathaltiges Material, das seit langer Zeit als Baumaterial dient, ist Lehm, der zunächst im Astgeflecht-Lehmbau, später in Ziegelform verwendet wurde. Zement, der ebenfalls silikathaltig ist, wurde erstmals von den Römern entwickelt. Aufgrund ihrer scharfen Schnittkanten fanden Siliziumhaltige Gesteine in der Steinzeit auch Einsatz als Werkzeuge. Bereits in vorgeschichtlicher Zeit ist z.B. Obsidian als besonders geeignetes Werkzeugmaterial abgebaut und durch Handel weithin verbreitet worden. Auch Feuerstein wurde in Kreidegebieten, etwa in Belgien und Dänemark, bergmännisch gewonnen. Bei der Metallgewinnung insbesondere bei der Stahlherstellung, wird Silikitschlacke zum Schutz der Herde und Öfen vor Sauerstoffzutritt und als Form aus Ton oder Sand eingesetzt. Dabei wurde möglicherweise die Glasherstellung entdeckt. Element Entdeckung Als Element wurde Silizium vermutlich zum ersten Mal von Antoine Lavoisier im Jahre 1787 und unabhängig davon von Humphry Davy im Jahre 1800 dargestellt, irrtümlich jedoch für eine Verbindung gehalten. Im Jahre 1811 stellten der Chemiker Josef-Louis-Gelussac und Louis-Schock-Vernadon reines und amorphes Silizium her. Dazu setzten sie Silizium-Tetrafluorid mit elementarem Kalium um. Ein ähnliches Vorgehen wurde 1824 von Jörns Jakob Berzelius in Schweden durch Umsetzung eines Hexafluorosilicids mit elementarem Kalium beschritten. Berzelius reinigte das so erhaltene Amor für Silizium durch Waschen. Er erkannte als erster die elementare Natur des Siliziums und gab ihm seinen Namen. Der Begriff Silizium leitet sich vom lateinischen Wort Silex ab. Er bringt zum Ausdruck, dass Silizium häufiger Bestandteil vieler Minerale ist. Es existieren jedoch auch Quellen, die den Begriff Silizium auf Antoine Lavoisier zurückführen. Der englische Begriff Silikon wurde 1817 von dem schottischen Chemiker Thomas Thompson vorgeschlagen. Die Endung soll dabei auf die chemische Verwandtschaft zu den Nichtmetallen Kohlenstoff und Bohr hinweisen. Die erstmalige Herstellung reinen, kristallinen Siliziums gelang im Jahre 1854 dem französischen Chemiker Henri Etienne Saint-Claire der Will mittels Elektrolyse. Vorkommen Silizium in der unbelebten Natur Die gesamte Erde besteht zu etwa 15 Massenprozent aus Silizium. Insbesondere der Erdmantel setzt sich zu einem beträchtlichen Anteil aus silikatischen Gesteinsschmelzen zusammen. Die Erdkruste besteht zu etwa 25,8 Gewichtsprozent aus Silizium. Damit ist es das zweithäufigste chemische Element nach dem Sauerstoff. Hier tritt Silizium im Wesentlichen in Form silikatischer Minerale oder als reines Siliziumdioxid auf. So besteht Sand vorwiegend aus Siliziumdioxid. Quarz ist reines Siliziumdioxid. Viele Schmucksteine bestehen aus Siliziumdioxid und mehr oder weniger bei Mengungen anderer Stoffe etwa Amethyst, Rosen und Rauchquarz, Achat, Jaspis und Opal. Mit vielen Metallen bildet Silizium Silicate aus. Beispiele für silikathaltige Gesteine sind Glimmer, Asbest, Ton, Schiefer, Felsspat und Sandstein. Auch die Weltmeere stellen ein gewaltiges Reservoir an Silizium dar. In Form der monomeren Kieselsäure ist es in allen Ozeanen in beträchtlichen Mengen gelöst. Insgesamt sind bisher 1437 Siliziumminerale bekannt, wobei der seltene Moissanit mit einem Gehalt von bis zu 70% den höchsten Siliziumanteil hat. Da Silizium in der Natur auch in gediegener, d.h. elementarer Form vorkommt, ist es bei der International Mineralogical Association als Mineral anerkannt und wird in der Strunzze Mineralsystematik unter der Systemnummer 1.CB in der Abteilung der Halbmetalle und Nichtmetalle geführt. In der vorwiegend im englischen Sprachraum bekannten Systematik der Minerale nach Dana trägt das Element Mineral die Systemnummer 01.03.07.01. Gediegenes Silizium konnte bisher an 15 Fundorten nachgewiesen werden, davon erstmals in der Lagerstätte Nuevo Potosi auf Kuba. Weitere Fundorte liegen in der Volksrepublik China, Russland, der Türkei und in den Vereinigten Staaten. Silikatische Mineralien werden permanent durch Reaktion mit der Kohlensäure des Wassers zu Metakieselsäure und Carbonarten abgebaut, wie am Beispiel des Calcium-Silikats gezeigt werden kann. Die unlösliche Metakieselsäure reagiert weiter mit Kohlensäure zu löslicher Orthokieselsäure. Allerdings reagiert Orthokieselsäure mit sich selbst relativ schnell wieder zu Siliziumdioxid und Wasser, sofern der pH-Wert 3 ist. Die absolute Konzentration der Orthokieselsäure ist relativ gering. Durch Einbau von Kieselsäure oder wasserlöslichen Silikaten in Meeresorganismen, die nach dem Absterben auf den Meeresboden sedimentieren, oder durch Vulkanismus und Austritt von Magma am Meeresboden werden die silikatischen Mineralien wieder zurückgebildet, und der Kreislauf ist geschlossen. Der Zeithorizont, in dem dieser Prozess stattfindet, beträgt mehrere Millionen Jahre, ist also beträchtlich länger als im Fall des Kohlenstoffkreislaufs der belebten Natur. Neben der bereits erwähnten essentiellen Natur des Siliziums gibt es eine Reihe von Lebewesen, die Siliziumdioxid-haltige Strukturen erzeugen. Am bekanntesten sind dabei die Kieselalgen, Schwämme und Radiolarien, die sich durch enzymkatalysierte Kondensation von Orthokieselsäure Sifir ein Exoskelet aus Siliziumdioxid aufbauen. Auch viele Pflanzen enthalten in ihren Stängeln und Blättern Siliziumdioxid. Bekannte Beispiele sind hier der Schachtelhalm und die Bambuspflanze. Durch das aufgebaute Siliziumdioxid-Gerüst erhalten diese zusätzliche Stabilität. Physiologische Bedeutung für den Menschen Silizium scheint für Knochenbildung und Reifung benötigt zu werden. Bei Kälbern führte die Gabe von Orthosilikat zur Vermehrung von Kollagen in Haut und Knorpel. Die aus Tierversuchen abgeleitete wünschenswerte Zufuhr liegt bei 30 mg. Die Mangelzustände beim Menschen sind bisher nicht bekannt. Als Kieselerde oder Silizia terra werden Präparate zum Einnehmen angeboten. Sie enthalten im Wesentlichen Kieselsäure an Hydride und sollen Haut, Nägel, Knochen und Bindegewebe stärken und gesund erhalten. Eine Wirkung ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Ein Überschuss an Silizium kann zur Hämolyse von Erythrozyten führen und als direkte Folge Zellveränderungen verursachen. Gewinnung im Labor Elementares Silizium kann im Labormassstab durch Reduktion ausgehend von Siliziumdioxid oder Siliziumtetrafluorid mit unedlen Metallen gewonnen werden. Bei Reaktion zweite handelt es sich um ein aluminothermisches Verfahren, das jedoch nur unter Zusatz von elementarem Schwefel funktioniert. Die dritte Route entspricht der Elemententdeckung. Hochreaktives amorphes Silizium kann durch Reduktion mit Natrium oder Acidolyse von Siliziden erhalten werden. Gewinnung in der Industrie Elementares Silizium findet in unterschiedlichen Reinheitsgraden Verwendung in der Metallurgie, der Photovoltaik und in der Mikroelektronik. Demgemäß ist es in der Wirtschaft gebräuchlich, elementares Silizium anhand unterschiedlicher Reinheitsgrade zu klassifizieren. Man unterscheidet SIMG, SISG und SIG. Im industriellen Maßstab wird elementares Silizium durch die Reduktion von Siliziumdioxid mit Kohlenstoff im Schmelzreduktionsofen bei Temperaturen von etwa 2000 Grad Celsius gewonnen. Von diesem industriellen Rohsilizium wurden im Jahre 2002 etwa 4,1 Millionen Tonnen hergestellt. Es ist für metallurgische Zwecke ausreichend sauber und findet Verwendung als Legierungsbestandteil und Desoxidans für Stähle sowie als Ausgangsstoff für die Silanherstellung über das Müller-Rucho-Verfahren, die schließlich vor allem zur Herstellung von Silikonen dienen. Zur Herstellung von Rohsilizium für die Stahlindustrie wird zweckmäßigerweise nachfolgende Reaktion unter Anwesenheit von elementarem Eisen durchgeführt. Weitere Aufschlussmöglichkeiten von CO2 sind der Sodaraufschluss bei ca. 1600 Grad Celsius in der Schmelzwanne, der Hydrothermalaufschluss bei ca. 200 Grad Celsius mit Wasser im Autoklafen, Solarsilizium für die Produktion von Solarzellen muss das Rohsilizium weiter zum Solarsilizium gereinigt werden. Das kann Z. B. im Siemens-Verfahren erfolgen, bei dem es zunächst mit gasförmigem Chlorwasserstoff bei 300 zu 350 Grad Celsius in einem Wirbelschichtreaktor zu Trichlor-Silan umgesetzt wird. Nach aufwendigen Destillationsschritten wird das Trichlor-Silan in Anwesenheit von Wasserstoff in einer Umkehrung der obigen Reaktion an beheizten, reinst Siliziumstäben bei 1000 zu 1200 Grad Celsius wieder thermisch zersetzt. Das elementare Silizium wächst dabei auf die Stäbe auf. Der dabei frei werdende Chlor-Wasserstoff wird in den Kreislauf zurückgeführt. Als Nebenprodukt fällt Silizium-Tetrachlorid an, das entweder zu Trichlor-Silan umgesetzt und in den Prozess zurückgeführt oder in der Sauerstoffflamme zu pyrogener Kieselsäure verbrannt wird. Bei dem klassischen Siemens-Verfahren entstehen reinst Silizium-19 kg Abfall und Nebenstoffe. Das Verfahren ist aufgrund der mehrfachen Destillation der energieintensivste Schritt bei der Herstellung von Solarmodulen. Eine chlorfreie Alternative zu obigem Verfahren stellt die Zersetzung von Monosil-A dar, das ebenfalls aus den Elementen gewonnen werden kann und nach einem Reinigungsschritt an beheizten Oberflächen oder beim Durchleiten durch Wirbelschichtreaktoren wieder zerfällt. Das auf diesen Wegen erhaltene Polykristalline Silizium ist für die Herstellung von Solarmodulen geeignet und besitzt eine Reinheit von über 99,99%. In der Solartechnik werden genau wie beim Einsatz in der Mikroelektronik die halbleitenden Eigenschaften des Siliziums ausgenutzt. Nur noch von historischem Interesse ist ein Verfahren, das früher von der Firma Dupont angewendet wurde. Es basierte auf der Reduktion von Tetra-Chlor-Silan mit elementarem Zinkdampf bei Temperaturen von 950 Grad Celsius. Aufgrund technischer Probleme und dem in großen Mengen Anfall in den 10-Chlorid-Abfall wird dieses Verfahren jedoch heute nicht mehr angewendet. Halbleiter Silizium für Anwendungen in der Mikroelektronik wird hochreines monokristallines Halbleiter Silizium benötigt. Insbesondere müssen Verunreinigungen mit Elementen, die auch als dort jelle Elemente geeignet sind, mittels des Tiegelziehens oder Zonenschmelzens unterhalb kritischer Werte gebracht werden. Beim Tiegelziehen wird das im Siemens-Verfahren erhaltene Solarsilizium in Quarztigeln geschmolzen. Ein Impfkristall aus hochreinem monokristallinem Silizium wird in diese Schmelze gebracht und langsam unter Drehen aus der Schmelze herausgezogen. Wobei hochreines Silizium in monokristalliner Form auf dem Kristall auskristallisiert und dadurch fast alle Verunreinigungen in der Schmelze zurückbleiben. Physikalischer Hintergrund dieses Reinigungsverfahrens ist die Schmelzpunkterniedrigung und Neigung von Stoffen, möglichst rein zu kristallisieren. Alternativ wird beim Zonenschmelzen mithilfe einer elektrischen Induktionsheizung eine Schmelzzone durch einen Siliziumstab gefahren. Wobei sich ein Großteil der Verunreinigungen in der Schmelze löst und mitwandert. Hochreines kristallines Silizium ist derzeit das für die Mikroelektronik am besten geeignete Grundmaterial weniger hinsichtlich seiner elektrischen Eigenschaften. Als vielmehr der chemischen, physikalischen und technisch nutzbaren Eigenschaften von Silizium und der seiner Verbindungen. Alle gängigen Computerchips, Speicher, Transistoren ITC, verwenden hochreines Silizium als Ausgangsmaterial. Diese Anwendungen beruhen auf der Tatsache, dass Silizium ein Halbleiter ist. Durch die gezielte Einlagerung von Fremdatomen wie beispielsweise Indium, Antimon, Arsen, Bor oder Phosphor, können die elektrischen Eigenschaften von Silizium in einem weiten Bereich verändert werden. Dadurch lassen sich verschiedenste elektronische Schaltungen realisieren. Wegen der zunehmenden Bedeutung der elektronischen Schaltungen spricht man auch vom Silizium-Zeitalter. Auch die Bezeichnung Silicon Valley für die Hightech-Region in Kalifornien weist auf die enorme Wichtigkeit des Siliziums in der Halbleiter- und Computerindustrie hin. Amoffe Silizium kann mithilfe von Exheimer-Lasern in polykristallines Silizium umgewandelt werden. Dies ist für die Herstellung von Dünnfilm-Transistoren für Flachbildschirme von zunehmender Bedeutung. Silizium ist im Handel sowohl als feinkörniges Pulver als auch in größeren Stücken erhältlich. Hochreines Silizium für die Anwendung in Solarmodulen oder in Halbleiter-Komponenten wird in der Regel in Form von dünnen Scheiben aus Einkristallen, so genannten Silizium-Waffären, produziert. Aufgrund der hohen Anfangsinvestitionen und langen Bauzeiten für die notwendigen Öfen stellen allerdings weltweit nur wenige Firmen Roh-Silizium her. Die größten Produzenten für metallurgisches Silizium sind Elkem, Invensil, Globe Metallurgical, Rima Metal. Es gibt noch ca. 15 andere große Produzenten. In der Volksrepublik China gibt es eine Reihe kleinerer Werke. Im Ländervergleich ist sie daher der größte Produzent. Der Markt für Polysilizium bzw. Rheins Silizium ist seit Mitte der 2000er Jahre im Umbruch. Aufgrund des hohen Bedarfs der Solarbranche kam es schon 2006 zu einer Silizium-Knappheit. Und nachdem Polysilizium aufgrund der hohen Nachfrage in den Jahren 2008-2009 nicht mehr in ausreichender Menge verfügbar war, stieg sein Preis so stark, dass eine ganze Reihe von Firmen dazu überging, eigene neue Produktionsanlagen zu errichten. Aber auch die etablierten Hersteller erweiterten ihre Kapazitäten stark, ganz zu schweigen von zahlreichen völlig neuen Anbietern, vor allem aus Asien, so dass die Frage, welcher dieser Hersteller am Ende in der Lage sein würde, seine Anlagen bei Zeiten in Betrieb zu nehmen und bei nun wieder stark gefallenen Preisen noch profitabel zu produzieren, zum Ende des Jahrzehnts schwer zu beantworten war und auch weiterhin unterschiedlich beantwortet wird. Eigenschaften Physikalische Eigenschaften Silizium ist wie die im Periodensystem benachbarten Germanium, Gallium, Phosphor und Antimon ein Elementhalbleiter. Der gemäß dem Bändermodell geltende energetische Abstand zwischen Valensband und Leitungsband beträgt 1,107 Elektronenvolt. Durch Dotierung mit geeigneten Dottiel-Elementen wie beispielsweise Bohr oder Arsen kann die Leitfähigkeit um einen Faktor 106 gesteigert werden. In solchermaßen dotiertem Silizium ist die durch die von Fremdatomen und Gitterdefekten verursachte Störstellenleitung deutlich größer als die der Eigenleitung, weshalb derartige Materialien als Störstellenhalbleiter bezeichnet werden. Der Gitterparameter beträgt 543 PM. Der von der Wellenlänge des Lichts abhängige komplexe Brechungsindex ist im nebenstehenden Bild dargestellt. Auch hier lassen sich Informationen über die Bandstruktur ablesen. So erkennt man anhand des stark steigenden Verlaufs des Extinktionskoeffizienten K einen direkten Bändübergang bei 370 Nanometer. Ein weiterer direkter Bändübergang ist bei 300 Nanometer zu beobachten. Der indirekte Bändübergang von Silizium kann nur erahnt werden. Dass weitere indirekte Bändübergänge vorhanden sind, ist an der Weitauslaufendenkurve von K für Wellenlängen größer als 400 Nanometer erkennbar. Wie Wasser und einige wenige andere Stoffe weist Silizium eine Dichteanomalie auf. Seine Dichte ist in flüssiger Form um 10 zu 11 Prozent höher als in fester, kristalliner Form bei 300 K. In allen in der Natur auftretenden und in der überwiegenden Zahl der synthetisch hergestellten Verbindungen bildet Silizium ausschließlich Einfachbindungen aus. Die Stabilität der Sioeinfachbindung im Gegensatz zur CO-Doppelbindung ist auf ihren partiellen Doppelbindungscharakter zurückzuführen, der durch Überlappung der freien Elektronenpaare des Sauerstoffs mit den leeren D-Orbitalen des Siliziums zustande kommt. Die lange Jahre als gültig angesehene Doppelbindungsregel, wonach Silizium als Element der drei Periode keine Mehrfachbindungen ausbildet, muss mittlerweile jedoch als überholt angesehen werden, da inzwischen eine Vielzahl synthetisch hergestellter Verbindungen mit Sisi-Doppelbindungen bekannt sind. Im Jahre 2004 wurde die erste Verbindung mit einer formalen Sisi-Dreifachbindung strukturell charakterisiert. Mit Ausnahme von Salpetersäure-haltiger Flusssäure ist Silizium in Säuren unlöslich, da es zur Passivierung durch die Bildung einer festen Silizium-Dioxidschicht kommt. Leicht löst es sich hingegen in heißen Alkalilaugen unter Wasserstoffbildung. Trotz seines negativen Normalpotenzials ist es in kompakter Form relativ reaktionsträge, da es sich an der Luft mit einer schützenden Oxytaut überzieht. Die mechanischen Eigenschaften von Silizium sind Anisotrop. Je nach gewählter Kristallorientierung nimmt der Elastizitätsmodul Werte zwischen 130 Giga Pascal und 189 Giga Pascal an. Eine allgemeine Beschreibung des elastischen Verhaltens erfolgt in Vogtnotation wie für alle kubischen Kristalle über die drei unabhängigen, elastischen Konstanten C11, C12 und C44. Die Elastizitätsmatrix ist für Silizium. Die elastischen Konstanten haben dabei folgende Werte. Aus den elastischen Konstanten lassen sich für die einzelnen Hauptkristallrichtungen des Siliziums die jeweiligen Elastizitätsmodulen errechnen. Isotope Silizium hat eine Vielzahl bekannter Isotope mit Massenzahlen zwischen 22 und 42. 28 Sie hat einen doppelt magischen und damit besonders stabilen Kern. Es entsteht in schweren Sternen gegen Ende ihrer Entwicklung in großen Mengen. Diese Umstände sind der Grund für den hohen Anteil von 28 Sie am gesamten Silizium bzw. auch an der Häufigkeit von Silizium im Vergleich zu anderen Elementen. Derzeit wird versucht, die SI-Basiseinheit Kilogramm neu zu definieren als eine bestimmte Menge von 28 Sie-Atomen. Ebenfalls stabil sind die Isotope 29 Sie sowie 30 Sie. Das radioaktive Isotop N und 30 Sie zerfällt rasch durch Beta-Strahlung zu stabilem Phosphor. Dieser Umstand kann genutzt werden, um sehr homogen entdotiertes Silizium herzustellen. Dazu wird Silizium mit Neutronen bestrahlt. Durch Neutroneneinfang entsteht dann 31 Sie und folglich N und 30 P. Eine für dieses Verfahren geeignete Neutronenquelle ist die Forschungsneutronenquelle Heinz-Meyer-Leibniz. Langlebiger ist 32 Sie mit einer Halbwertszeit von 172 Jahren. Spuren dieses Isotops entstehen in der Erdatmosphäre durch Spallation von Argon durch kosmische Strahlung. 32 Sie zerfällt zudem ebenfalls radioaktiven 32 P und dann weiter zu stabilem 32 S. Alle weiteren Isotope zerfallen innerhalb weniger Sekunden. Sicherheit Silizium ist als Pulver wie viele Elemente brennbar. Als Pulver und Granulat ist es reizend. Kompaktes Silizium ist ungefährlich. Hydriertes das heißt oberflächlich mit Wasserstoff bedecktes. Poröses Silizium kann unter Lasereinstrahlung und Zunahme von Sauerstoff hochexplosiv sein, wie Forscher der Technischen Universität München zufällig entdeckt haben. Sprengungen im Mikrometerbereich sind möglich. Die Detonationsgeschwindigkeit und Detonationsenergie sind höher als bei TNT und Dynamit. Verwendung in der Technik 1947 entdecken John Bardeen, Walter Brattain und William Shockley den regelbaren elektrischen Widerstand, den Transistor, zunächst an einem Germanium-Kristall. Es dauerte einige Zeit bis das verbindungsfreudige Silizium in der für Halbleitereigenschaften notwendigen Reinheit isoliert werden konnte. 1958 entwickeln Robert Neu-CE bei Fairchild und Jack S. Kilby bei Texas Instruments unabhängig voneinander die integrierte Schaltung auf einem Silizium-Chip. Heutzutage stellt Silizium das Grundmaterial der meisten Produkte der Halbleiterindustrie dar. So dient es auch als Basismaterial für viele Sensoren und andere mikromechanischen Systeme. Silizium ist ebenfalls der elementare Bestandteil der meisten Solarzellen. Im November 2005 wurde von ersten Erfolg versprechenden Versuchsergebnissen mit Siliziumlasern berichtet. Silizium wird als energiereicher Brennstoff in vielen Explosivstoffen verwendet.